In diesem Video zeige ich dir alle meine Spinnen, Teil 2. Und das hier ist die giftigste Pogelspinneart auf der ganzen Welt. Sie heißen Poesilotheria Metallica und der Kleine hier heißt Sonic. Das hier ist eine Ethosobus, Hyano Gnatus und eines meiner schönsten Spinnen. Die Kreuzspinne hat übrigens ein Netz gebaut, aber viele von euch kennen Max nicht, der übrigens auch hier wohnt. Weitere Spinnen zeige ich euch jetzt im Live, also kommt rein. Vielleicht zeige ich ja heute wieder, was hier drin ist.